Gott war sicher die Rolle, die am schwierigsten zu besetzen war. Schließlich leben wir in gefährlichen Zeiten, was Parodien betrifft. Erstens und zweitens ist das eine Rolle, die den ganzen Film über vorkommt. Und da einen Schauspieler zu finden, der wirklich sozusagen bei einem Sauerstreiben dabei ist, ist extrem schwer. Aber ich habe einen gefunden, der sagt, ich bin Charlie und nicht Werner Falkmann. Andreas Auringer, schön, dass du die Rolle spielst, aber das ist ja für dich nicht wirklich ein Problem. Ja, ich bin beim Dreh sowieso dabei. Regie, Produktion, Kamera, Ton, Licht. Also ist das kein Problem, auch noch Gott zu spielen. Ja, wird hart. Wenn du mich spielen möchtest, dann musst du dringend abnehmen. Was wird das überhaupt? Zwölfter Monat und willst du nicht raus?